Wenn man es mal aus wirtschaftlicher und auch aus finanzieller Sicht sieht, die Leute und damit nenne ich den Mittelstand und den repräsentieren wir ja auch in gewisser Weise mit unseren Unternehmen, mit unseren Mitarbeitern, der Mittelstand muss entlastet werden, weil der Mittelstand ist der Zugmotor der deutschen Wirtschaft und wird es auch bleiben. Und mir wird Angst und Bange, wenn ich sehe, Porsche wandert ab. Andere Firmen, wo sagen, ich suche mir was anderes. Wie gesagt, eine große Zellenfabrik, die in Deutschland gebaut werden sollte für den großen Sportwagenhersteller aus Stuttgart, die wird jetzt in den USA zu 90 Prozent gebaut. Ja, da gibt es unzählige Beispiele mittlerweile. Und es ist einfach, es ist erschreckend, mit welcher Ignoranz Berlin da rangeht, weil in meinen Augen Unternehmenssteuern runter, den Arbeitnehmer, und wir reden jetzt nicht nur hier aus Unternehmersicht, sondern auch den Arbeitnehmer entlasten, weil auch da Steuerprogressionen, Abgaben, vielleicht wie wir es schon mal besprochen haben, Überstundensteuer freizustellen, das sind alles Sachen, die helfen der Wirtschaft, der Binnenwirtschaft. Wenn jemand wieder mehr in der Tasche hat, kauft er mehr. Das bedeutet, er konsumiert wieder mehr. Das bedeutet, auch unsere Wirtschaft wird angekurbelt, die Innenstädte, die Restaurants, alles, was da dazu gehört. Und genauso bei den Unternehmen, wenn ein Unternehmen wieder Luft bekommt zum Atmen und nicht irgendwelche sinnlosen Investitionen machen muss, auch heute wieder interessanter Artikel. Du hast mitbekommen, ich habe sehr laut gelacht darüber, weil tatsächlich der Habeck hat das Gegenteil erreicht. Sein Ziel von 500.000 Wärmepumpen letztes Jahr wurde schallend unterschritten. Es sind 300.000 geworden und es wurden die meisten Öl- und Gasheizungen in der, glaube ich, letzten Aufzeichnungsperiode eingebaut. Alle Leute haben modernisiert und wollen lieber fossile Brennstoffe. Ja, vielen Dank, da hat er alles richtig gemacht. Alle großen Hersteller, Buderos, Wolf etc. klatschen in die Hände und freuen sich. Auch jeder Heizungsbauer. Aber gebracht hat es dem Klima erstens gar nichts und zweitens, Heizgesetz gescheitert, bedeutet auch wieder eine Gängelung. Und auch die Deregulierung, die er Lambsdorff gemeint hat. Es ist ja einfach der Bürokratieabbau, zu sagen, ich muss nicht immer alles machen, ich muss nicht immer, das ist ja wirklich der Wahnsinn, befreit die kleinen Betriebe, kann ich da nur sagen. Genau, der Punkt, der passt schon sehr, sehr gut hierzu, nämlich weiterer Aspekt sozusagen aus diesem Forderungspapier von damals, auch da wieder, gut, bei dem vorherigen jetzt, um den Punkt noch kurz zu machen, so die Unklarheit, die verbreitet wird, offensichtlich, so hört man mittlerweile an allen Engen und Enden, gewisser Zukunftspessimismus, Resignation bei vielen Unternehmern, gerade im kleinen und Mittelstand, auch immer offensichtlicher, die ganz großen wandern ab, die in der Mitte können es sich nicht leisten abzuwandern, ganz einfach. Also der, der die Chance hat, nutzt sie tatsächlich auch. Und du hast den Dreh quasi schon gemacht zu, den nächsten Punkt ist, fehle die klare Absage an die Bürokratisierung, also auch in den 80ern schon ein Thema gewesen, damals war es aber mit Sicherheit noch wesentlich entspannter als heute. Und gefördert werden müsse der Eigenheimumbau, tatsächlich auch ein Thema aktuell, aber durch die Vereinfachung des Baurechts, die Eigenverantwortung aller Bürger und das Vertrauen in den technischen Fortschritt und in Risikokapital, also in Leute, in Unternehmen, in juristische und private Personen, die investieren möchten, für die es attraktiv ist zu investieren. Und die nicht irgendwie irgendwelche Quoten oder 15% erneuerbare Energien oder keine Ahnung was auferlegt kriegen, was man dann erfüllen muss. Also selbst ja auch Thema Baurecht, Bürokratisierung und gut im Spitzenwahnsinn natürlich das Heizungsgesetz noch tatsächlich. Also auch da kann man sagen, man zieht in gewisser Weise auf jeden Fall die Parallele dazu und zu den Sachen, die in den letzten Monaten und Jahren sich angebahnt haben. Ich meine, fairerweise muss man sagen, wir reden jetzt hier immer über die Ampel und es ist halt auch im Moment die aktuelle Regierung, aber auch eine Ampelregierung ist ja nicht an allem schuld, muss man sagen. Nein, auf keinen Fall. Aber der Eindruck, der halt im Moment hinterlassen wird, ist durchaus zweifelhaft und vielen fehlt, glaube ich, oder immer mehr fehlt, was man irgendwie von verschiedensten Seiten hört, so ein bisschen die Perspektive, wie die das Ganze wieder dann auch retten sollten. Ich bin auch der Meinung, also ich glaube, wenn man jetzt Finanzkrise sieht oder andere, auch die Regierung Merkel hat gute Sachen gemacht, aber am Ende, und da sage ich wirklich, die letzten zwei Legislaturperioden von Merkel waren einfach viel zu arg geprägt auf Probleme, die man quasi selbst erschafft und selbst lösen will, anstatt die Probleme zu nehmen, die man hat. Und das machen tatsächlich, also wenn du jetzt in die Geschichtsbücher der Bundesrepublik gehst, glaube ich, ist es relativ häufig passiert tatsächlich am Anfang, aber was halt die Ampel komplett falsch gemacht hat, sie hat nicht irgendwie zwei Legislaturperioden oder drei dafür gebraucht, um Scheiße zu treiben, sondern die haben wirklich von Beginn an. Und auch wenn sie zur FDP gehört, die Agnes Strack-Zimmermann, die jetzt gerade auch wahrscheinlich bei der Europawahl zwar zur Wahl steht, aber echt schwer haben wird, die hat das auch, ich glaube, am politischen Aschermittwoch deutlich gesagt, ein Dreier geht halt nicht so oft gut, und da, vielleicht hat sie nicht ganz unrecht damit. Wenn dir dieser Clip von unserem Podcast Geld schläft nicht gefallen hat, lass jetzt unbedingt ein Like auf dem Video da und abonniere unseren Kanal. Hier findest du einen weiteren Clip von unserem Podcast und so kommst du zur Podcast-Folge in ganzer Länge.